Herzlich Willkommen zur 39. Episode der Nachbarschaftskriege. Das hier ist unser Squad, der es mit Exsort aufnehmen soll. Wir haben unsere besten Leute mitgenommen. Leider, leider sind alle unsere Assorts noch im Kartenhaus. Wir haben auch kein Assort als Operative. Das heißt, wir haben keinen Run-In-Gang zur Verfügung, um von einem Transmitter zum anderen zu rennen. Und die ist Exsort, je nach Position der Transmitter auf der Karte, dann eben für mehrere Runden hintereinander zu deaktivieren. Das macht die ganze Mission ziemlich schwierig. Ich habe ganz schön Sorgen. Jetzt gucken wir mal, welche Map wir kriegen. Es ist wichtig, dass wir die Mission schaffen. Sehr wichtig. Ansonsten haben wir Kanada auch noch jetzt schon verloren. Und es wird toll, hier die Panic zu reduzieren. Ich mag die Map nicht. Das ist eine große Garage hier, wo die erste Station ist. Hier in dem zweiten Gebäude ist der eigentliche Encoder, den man beschützen muss. Oder ein Transmitter, Encoder und diese komischen Dinger aus dem Rund. Ich klicke die Begriffe immer durcheinander. All diese Türmchen, die man klicken kann. So, dann zeigt man dann Exsort, was eine Hake ist. Genau. Transmitter, Encoder hier. Als erstes werden wir uns in eine Kamera begeben. Ich gebe die hier. So, dass wir hier die Karte mal abscannen können. Ein bisschen groß sind, haben wir schon. Also, wo haben wir die Dinge? Hier ist eine. Hier sind drei Stück. Das wird wahrscheinlich dann auch unsere Route und auch die Flanke, um die wir kämpfen werden, von diesem ganzen Gebäudekomplex. Haben wir hier hinten in der Gasse noch anstehen. Hier ist aber ein vierter. Ich glaube, das ist es dann auch. Mehr von diesen Teilen gibt es nicht. Das sind eben diese Objekte, die man anklicken kann, um die Exsortagenten zum Nachladen zu zwingen. Das heißt, wir verplanen da nur einen Zug damit. Es gibt leider auch die Möglichkeit, dass sie dann stattdessen sich denken, oh, schau doch mal, da vorne stehen fünf XCOM-Agenten, da schmeißen wir eine Granate rein. Granaten sind eben komischerweise durch irgendwelche Radiosignale nicht deaktiviert. Ihre Waffen sind es. Die Radio werden ja einen zum Nachladen zwingen. Naja, ich würde sagen, die Spielmechanik geht über die Logik der Welt und deswegen ist das schon ganz okay so. Das Problem ist jetzt halt, dass wir auf jeden Fall hier vorne links gehen müssen. Wir sind sehr nah aneinander, aber ich weiß nicht, ob unsere Medic es schafft, die so schnell zu aktivieren. Außerdem werden hier vorne tonnenweise Exsortagenten spawnen und eben mit Granaten zuhageln. Gleichzeitig werden die Exsortagenten versuchen, in diese Zone zu gelangen. Und wenn sie die drei Runden ohne einen XCOM-Agenten, der sie betritt, halten können, dann ist der Encoder verloren und sie werden die Position des Transmitters kennen und eben hier drauf verholen. Mein Missionsziel ist es eben, alle Exsortagenten zu vernichten. Und wenn ich es schaffe, auch diese Zone zu verteidigen, ohne dass sie eingenommen wird, erhalte ich Bonus-Credits. Ja, soweit so gut. So viel zur Theorie. Da wir hier diese Transmitter haben, werden wir auch versuchen, erstmal diese Zone zu erhalten. Würden wir so oder so versuchen? Das wiederum heißt, dass wir mit unserem Squad hier sehr effizient sein müssen, wenn wir vorrücken. Hier ist ein bisschen problematisch. Man hat hier zwei Türen, durch die man auf diese Zone kommen kann. Man kann auch durch die Hinterreingänge kommen. Da sie warten aber meistens noch mehr Exsortagenten, wenn ich nicht aktivieren möchte. Da wir ja auch nur den einen Transmitter haben, werden wir den erstmal außer Acht lassen. Vielleicht können wir irgendwo mit unserem Agenten hier einmal quer durchrennen und den Auto aktivieren. Mein Problem ist, dass die Male, die ich diese Map gespielt habe, ich fand diesen Positionen aus, nicht das Gefühl hatte, besonders effektiv zu sein. Das einzige Mal, wo es gut geklappt hat, war, als ich hier zwei Assaults hatte und ich die dann einfach mit in die Agenten reingeparkt hatte, als sie an normalen Waffen deaktiviert waren. Das führte dann dazu, dass sie so standen, dass die Exsortagenten keine Ganadung zu werden wollten, dass sie damit ihre eigenen Leute getötet hätten. Stattdessen sind die Exsortagenten von 0 weggelaufen, haben die Aktion getriggert, haben sich flanken lassen und die beiden Assaults konnten hier wirklich sehr gut aufräumen. Leider habe ich dieses Mal überhaupt keinen einzigen Scheißassault dabei. Ich habe zwar eine Shotgun, aber niemanden mit diesem praktischen Perk Close Combat Specialist. Deswegen denke ich, dass wir eher hier über die Straße vorrücken werden. Hier haben wir wenig Deckung, aber wenn wir es schaffen, eben die drei hier aneinander zu chainen oder nur eins mal zwischendurch überleben zu müssen, sollten wir vielleicht mit der etwas spärlichen Deckung hier auskommen. Es sind ein paar Blumentöpfe, die Dinger selbst, hier ein paar Autos eben, halbe Deckung, auch explosive Deckung. Wenn wir uns also hier mit Granaten berufen, könnte das alles sehr schnell in die Hose gehen. Wen könnten wir dann vielleicht durchs Haus schicken, wer kann da sinnvoll arbeiten? Unser Scout mit der Shotgun nehme ich an. Wir haben zwei Infanterie. Der Rest muss eigentlich, vielleicht nehmen wir eine Infanterie noch mit ins Haus, aber der Rest muss eigentlich draußen bleiben. So, das heißt, es sollt vorrücken, bitte. Und dann schicken wir... Macht mich doch nicht so nervös, ich dachte, ich hätte jetzt schon wieder irgendeine komische Aktivierung. Ihr seid gleich geskillt. Covering Fire Infanterie. Opportunist, ja, die sind gleich geskillt. Also die können gut mit Overwatches arbeiten, das ist jetzt aber nicht mein prima Stil von denen, weshalb ich sie mitgenommen habe, deswegen dem hohen Aiming und den zwei Schüssen, die sie aus einer feststehenden Position machen können. Zum Beispiel hier oder hier in diese Ecke in der Infanteriestelle, dann solltet ihr eigentlich ganz gute Schüsse kriegen. Okay, also eine Infanterie nimmt rein. Renne, 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 renne. Mach das mal. Und die andere Infanterie nehmen wir hier draußen mit. Ich glaube, es nützt nichts, allzu viel zu waschen. Natürlich ist es gut, hier anzukommen, bevor sie selber in der Zone reinkommen, aber noch ziemlich nach hinten losgehen. Jetzt ist noch die Frage, von wo kann mein Agent das Ding erreichen? Vielleicht müsste es von hier können, also sollte es auch von hier schaffen. Paula King, mein kleiner Improvisierter, Special Ops. Hier ist noch so eine Mauer, da kann man auch noch hinterparken und überhaken. Es wird wahrscheinlich eher die Deckung sein, die ich versuche zu nehmen. Wir haben eine volle Deckung, hier ist noch ein Dach, wenn wir darauf kommen, ist es auch gut. Das ist aber nicht so einfach, da wir hier schon mit sehr viel Kontakt rechnen. Oh, ist ja gerade unser schöner Rocket, die hat zwei Shredder Rockets dabei, das ist nicht schlecht. Habe ich hier nicht einen Scope gegeben? Ich werde jetzt hier mal eben sehen. Naja. Also gut, was hast du aus dem Stand, so für Scatter? Hm, ganz guten. Wenn sie die Rakete vorbereitet, wird es sehr gut sein. Ich denke, ich werde den Squat jetzt hier vorrauschen lassen. Also mit Sprints. Unser Sniper kann sich vielleicht... Das wird toll, wenn wir in das Dach kriegen, aber der muss halt auch an jeder so eine Schüsse abgeben. Interessant, dass diese Boller hier volle Deckung sind, das war mir nicht ganz bewusst. Der Zaun ist eine halbe, aber wenn ein komisches Karton vorhängt, dann ist es eine Deckung und so nicht. So, was machen wir mit einem Sniper? Nicht so viel rumtrödelung. Die Mission könnte schon lang und aufregend genug werden. Ich brauche halt auch ein gutes Schussfeld. Ich möchte auch hier in die Garage reinziehen können. Deswegen schicken wir sie mal auf diese Seite längs. Sie darf sich nämlich nicht umpositionieren müssen, wenn sie uns darauf ankommt. Unseren Grenadier werden wir sehr weit vorne brauchen. Um das gute Arbeit leisten diese Runde. Deckung wegsprengen und Agenten wegsprengen. Infanterie ähnlich, die brauchen auch eine gute Position, von der sie eben immer Doppelschüsse nehmen können. Wir haben drei Suppressions, das könnte hilfreich sein. Mit den Suppressions können wir nämlich auch verringern die Reichweite, über die sie Granaten schleudern können oder ihre Raketen schießen können. Damit kann man dann, während man sie deaktiviert hat, noch sicherstellen, dass einem die explosiven Schütze nicht erreichen. Oh Gott, ich habe Schiss, ich habe Schiss. Okay, sie sind schon in der Zone. Schlecht, schlecht, schlecht. Normalerweise dauert das immer ein bisschen. Meine Erfahrung. Ja, also wir werden jetzt unsere Soldaten so langsam in Position bringen. Und in der nächsten Runde können wir dann eben den Knopf drücken, den ersten. Ich glaube, es schafft es nicht, wenn wir da mit einem Move zusammen haben. Verdammt, wenn ich jetzt sprinten muss, gefällt mir auch nicht. Aber gut, dann kann ich in der nächsten Runde eben was machen. Eins, zwei, drei, vier. Schauen wir uns nochmal kurz an, was wir da genau aktiviert haben. Da muss ich auch ein bisschen Überblick drüber behalten. Ja, also es war ein Heavy dabei und ich glaube, drei normale Agenten mit Granaten. Also einen Haufen explosiven Shit, den wir da haben. Dann wollen wir, ach, sie kommt gar nicht an. Sie lieber hier auf die Seite stellen oder mit an die Tür. Naja, für das Erste stellen wir uns immer hier an. Und jetzt checken wir nochmal, ich komme nicht bis zum Transmitter, ich habe mich vertan. Scheiße. Ach, geht trotzdem schon mal hin. Eins, zwei, drei. Also ich denke, ich muss jetzt hier nochmal eine Runde sprinten, um eben in der nächsten Runde gute Schüsse zu kriegen. Und so noch mit hier. Sie hat Low Profile, ich möchte das volle Cover eigentlich nicht verschwenden. Und hier ist auch die Leitung, um aufs Dach klettern, das wäre auch nicht verkehrt. Nehmen wir erstmal diese Position. So, das heißt Infanterie, Gunner und Engineer. Dann müssen wir mal kurz hier Deckung ein. Schafft man ein kleines auch bis dahinten? Ja. Schau mal, ich könnte doch den hier und den anderen da anstellen. Sind zwar auch wieder Granatensiedel, aber Da mache ich mir dann in der nächsten Runde Sorgen drum. Momentan habe ich noch einen aktivierten Pot. Das ist gut. Ich hatte befürchtet, dass ich jetzt hier, weil ich den Parkplatz aufgedeckt habe, noch mehrere Potts kriegen würde in dieser Runde. Das heißt, potenziell sehen die eigentlich gerade nur den eigenen Soldaten, der hier vor mir steht. Und vielleicht noch sie, aber das ist kein allzu gutes Granatensiedel. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass sie da eine Rakete reinjagen. Und das Beste, was passieren könnte, ist, dass sie einfach eine dumme Overwatchen, da ich schon in Position bin. Okay. Sehr gut, ein Heavy, der sofort geflamt ist. Ein Sniper, der mich erstmal nicht interessiert. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt müssen wir gute Entscheidungen treffen. Mehr denn eh. Mehr denn eh. Einrennen kann ich nicht. In den ganzen Scheiß. Aktionen hier, der Bögen. Wie wäre es denn, wenn wir mal mit einem schönen Schredder anfangen? Wo kriegst du den denn hin? Wenn wir hier ziemlich weit nach hinten gehen, kriegen wir... Ne? Geht das? Kannst du hier auch irgendwie reinschießen in einem Winkel? Da war noch was. Dann erwische ich aber nur die beiden. Hier hinten habe ich alle drei, oder? Ja, aber mit der Abweichung erwische ich da ja auch nur zwei. Die richtige Rakete kann ich hier nicht verwenden, da ich da mit dem Transmitter zerstören würde. mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Also ich denke, wir nehmen einen Schuss hier hinten. Ach, was ist denn jetzt wieder mit der blöden Schablone los? Also, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Shot ist blockt. Das ist kein guter Winkel für die Raketen. Diese blöden Säulen vermassens. Da könnte ich sie hinschicken, aber Zweiteilsabweichung könnte bedeuten, dass er gar nichts trifft. Gib mir die 1,9, ich hab's genau gesehen. So. Fangen wir mal an, wir müssen dringend Schaden machen. Und da wir drei Raketen haben, bin ich gewillt, jetzt schon den ersten Schrader anzusetzen. Vielleicht erwischen wir noch jemanden, der ja gerade nicht aufgedeckt ist. Oh, Covering Fire. Oh Gott. Zumindest haben sie noch keine Laserwaffen. Das ist, glaube ich, mein Trost. Vielleicht treffen wir noch auf Exort Elites. Huh. Holy Shit. Da haben wir noch einen ganzen Pot gefunden und gleich mitgeschreddert. Das war ziemlich, ziemlich gut. Okay, okay, okay. Das war schon mal ein schöner Einstand. Jetzt haben wir hier nicht viele Ziele, die unsere Schützen sehen können. Das ist ein bisschen schade. Er steht schon ein bisschen besser. Und unser Gang hat nur eins. Sie müsste wahrscheinlich gleich mal den ersten Overwatch trippen. Ich kann auch jetzt ja in dieser Runde bereits das Ding hier deaktivieren. Das werde ich auch machen. Hack, hack, hack. Und vermutlich parke ich mich hier hinter dem halben Cover. Vielleicht auch hier drinnen. Sollte eigentlich von hier vorne in der Lage sein, bis da vorne hin zu rennen. Sollte. Wie viele Teils hast du denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Teils. Kommt er weit. Von hier sind es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Also es klappt von hier drin. Unseren Grenadier werden wir gleich bewegen. Ich fürchte erst mal, muss sie hier noch ein paar Overwatches fahren. Und sich auch ein bisschen näher heranbegeben, um Schaden machen zu können. Das macht sie halt zum ziemlich prädestinierten Granatenziel, was ein bisschen hässlich ist. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte. Sie hat halt auch nicht so viel HP. Habe ich eine Wahl. Ich muss die Shotgun einsetzen. Ich muss die Overwatches triggern, damit ich hier mit dem restlichen Squad mich frei bewegen kann. Ich bin aggressiv. Ich denke, es ist besser. 74, 74, der ist sowieso tot, der sich hat flanken lassen. Ich denke, ich werde versuchen, hier drin in der Garage und direkt hier in der Position mal ein bisschen aufzuräumen. Ich glaube, der Schuss gefällt mir gerade am besten. Ich könnte natürlich auch eine Flashbang werfen. Da sie aber deaktiviert sind, würde das nur ihre Bewegung einschränken. Und ich glaube auch, ihre Granatenreichweite etwas. Das könnte halt ein interessanter Aspekt sein. Vielleicht schießen wir mit ihr noch nicht, sondern erst in der nächsten Runde. So, mein Engineer ist auch sehr, sehr daran interessiert, hier mit Granaten zu arbeiten. Ich denke, hier ist eine gute Position, um eine oder zwei zu werfen in den nächsten Runden. Unsere Infanterie braucht eine bessere Schussposition. Ich vermute, ich gebe ihr... Ich vermute, ich gebe ihr die hier. Ja, die schaut gut aus. Jetzt kommt er nicht mehr in die volle Deckung. Scheiße. Ach Mist. Naja, ich kann immer noch die halbe nehmen. Das ist gegen Granaten dann auch relativ unerheblich. Ich muss auf jeden Fall hier den Rocket-Tier ausschalten. Der zweite hat er sich noch gezeigt. Sie sehen gerade nicht. Und hier in die Verletzten eine Granate reinzuschmeißen, die hat verdammt effektiv. Gucken wir mal, was wir von da erreichen können. Also, AP-Granate. Wir wollen hier nichts Wertvolles für uns wegsprengen. Andererseits ist es mit einer AP auch schwierig, hier wirklich viele Leute zu erwischen, da sie halt selber an der Hinterdeckung stehen. Wenn ich sie jetzt hier hinbekommen würde, aber so weit kann er leider nicht werfen, etwas besser. Schauen wir nochmal kurz an, was HE-Granaten hier anrichten könnten. Hier ist eben die Gefahr, dass das Auto in Brand gesetzt wird, den Encoder explodieren lässt. Das hier ist keine schlechte HE. Diese Säule werde ich nicht weggesprengt kriegen. Das Auto hier auf der Hebelbühne auch nicht. Aber hier könnte ich eben vielleicht zwei Leute ausschalten und noch ein bisschen Deckung wegsprengen. Hier gefällt mir ganz gut für den ersten Zug von meinem Engineer. Zeig, was du drauf hast, Babe. Sehr schön. Gut, der ist sowieso tot. Ich hatte noch darauf, dass die Deckung da hinten weggesprengt wird. Was sagst du jetzt mit der Shotgun? Was sagt unser Sniper so? 100, 74, 69, 74, okay. Was sagen unsere beiden Schützen jetzt hier? Oh, die haben fast gar nichts mehr zum Treffen. Er hat gar nichts mehr. Ah ja, aber er ist wahrscheinlich angebracht, hier weiter vorzurücken. Das ist ja schön. Das sieht schon besser aus. 53, 83, okay, okay. Gehe nochmal zurück zu dir. Das wäre jetzt irgendwie verschwunden, um den Schuss zu nehmen, habe ich das Gefühl. Na, was macht die Kamera da? Hör auf damit. Danke. 174. Also die 100 ist halt sowieso Futter. Die Ziele hier drin wären mir wichtiger, auch eben um den Encoder-Prozess so langsam aufzuhalten. Die anderen werden dann zwar auch nachgerannt kommen. Wir fangen mal mit dieser 74 an. Jetzt haben wir nämlich Hodo drauf. Und ich denke, mit der 74 machen wir auch weiter. Wie jetzt eine 84 ist für uns ein Sniper. Scheiße. Ach komm, solche Fehler kann ich jetzt nicht gebrauchen. Echt nicht. Wieso kann er denn den nicht sehen? Na gut, ich nehme den Schuss hier. Och, Leute. Ich kann jetzt echt nicht solche behinderten Misses gebrauchen. Ja, gibt's wirklich nicht. Gibt's echt überhaupt nicht. 53, 83. Und nimm mal erstmal den Scheißschuss. Den wirst du ja wohl treffen mit 100%. Danke. Und jetzt kann er theoretisch nachladen oder sich bewegen. Ob ich bevorzuge die Bewegung. Und er kann... Haben wir noch einen Rocket hier, den wir suppressen müssen. Keinen in Sicht. Das heißt nicht, dass er nicht irgendwo rumsteht. 43, 53. Nehmen wir die 53. Oh Gott. Ich hab echt drei relativ gute Schüsse hier gerade verfehlt. So. Jetzt ist die Frage von wo kriegst du das? Wir hatten ja den Plan, dich hier in die Ecke zu stellen. Möchte ich? Ja. Kannst du deine Flashbang da noch einsetzen? Nein. Das wirst du aber vielleicht von dem zweiten Transmitter-Dingsbums-Gerät in der nächsten Runde theoretisch tun können. Overwatch. Und jetzt hoffen wir ein bisschen, dass in der nächsten Runde theoretisch mit einem Scout da reinrennen. Und dafür müssen wir die HL ausschalten. Das wird heavy, um es mal so zu sagen. Zum Glück entscheidet sich hier keine Granaten zu schmeißen. Das freut. Unser Medic wird sich heilen. Das ist okay. Aber wir müssen jetzt hier Action machen. Ziemlich viel, ziemlich drastische Action. Gerena, dir, man. Wie wär's, wenn du die da hinten alle ausschaltest? Ich glaub, du kannst das. Nimm mal eine AP diesmal. Sehr, 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 sehr schön. Der hier 105 HP ist. Es ist nicht unbedingt gegeben, dass der ausgeschaltet wird. Deswegen hab ich versucht, die Granate möglichst weit an ihn ranzukriegen. Oh, der hat noch eine AP, okay. Aber egal, sobald ich in der Zone stehe, ist sie blockiert für den Kram von den Jungs. Jetzt gucken wir mal, wie wir hier weiter vorgehen. 74, 59. Und hier auf dieser Flanke müssen wir eben auch clever weiter vorrücken. Zum Beispiel hier hin. Hoffentlich kommt kein neuer Pot. Dankeschön. 39, 53. Er hat von hier nur ein Ziel. Wenn ich aber vorgehe, hab ich auch nur einen Schuss. Das heißt, ich probier lieber die zwei Schuss auf den zu nehmen. Weil's der erste verfehlt. So, jetzt kann er nämlich nochmal nachladen. Du hast jetzt diese beiden Ziele. Du kannst da gleich reinrennen. Du kannst aufs Dach und eine Rakete vorbereiten. Und setzt Daffel. Ich find's gut. Vielleicht hätte ich meinen Sniper da auch hochschicken sollen. Beziehungsweise kannst du von hier oben vielleicht einen ziemlich guten Kill machen, statt die Rakete vorzubereiten. Und dann haben wir noch die... Ah, das sieht ganz gut aus. Ich glaub, wir kriegen die Zone jetzt leer geschossen. Meinen Sniper schick ich ebenfalls aufs Dach. Möglicherweise muss ich doch nicht mal ihre Waffen deaktivieren, diese Runde, wenn ich sie jetzt einfach mal ausschalte. Also nochmal, Wain haben wir ja noch alles zur Verfügung. Die Shotgun, Wain, der kann eigentlich ganz gut das Ziel hier versuchen. 64, ach, er ist auch fast wieder voll. Das hab ich vergessen. 78. 78 ist gut. Nochmal den ersten Schuss. Und da du jetzt noch einen zweiten hast, probier doch einfach mal den hier. Schade. Jetzt bist du auch leer geballert. Das ist schlecht. Sehe ich tatsächlich nur einen einzigen Exalt-Agenten in dieser ganzen Zone. Irgendwo ist hier noch einer. Da ist er, die Sau. Dem hatte ich ein bisschen Schiss. Das müsste jetzt ein Kill werden, aber das ist unwahrscheinlich, dass er dann die 20% hier passieren. Verdammt. Ah, ich hab noch mal einen Agenten könnte. Hey, er könnte ihn flanken. Könnte was werden. 77. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön. So, und jetzt haben wir nur noch diesen kleinen Sucker hier. Könnte ihn suppressen, damit er nichts anrichtet. Und dann kann ich mir den Encoder für die nächste Runde sparen. Den Encoder kann ich jetzt ja eh nicht mehr drücken, weil ich meinen Agenten bewegt habe. Ich bin auch ein bisschen idiotisch. Ja, suppressen wir ihn. Kostet für Munition ist auch wieder ein Nachteil, da man hier echt keine... die müssen ja gleich wieder alle flott ausschalten. Was? 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 Was war das denn für ein Sniper, ey? Ich bin ein Idiot. Ich habe meinen Agenten jetzt so weit wegbewegt in dem Eifer des Gefechts, dass ich wahrscheinlich jetzt in einer Runde nicht an den Transmitter komme. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Ich muss jetzt an den Transmitter kommen, diese Runde. Ich werde ihn nicht an den Ausschalten kommen. Ja, ja, Overwatch, du mal. Wie sieht es aus? Schaffst du es? Oh, ich schaff's. Verdammt gut. Gerade so, ich würde natürlich lieber diese Position haben, aber, naja, Beggas can't be choosers. Oh Gott, nein, 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 den Overwatch. Shit, den hätte ich zuerst ausschalten müssen. Ah, fuck, 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 siehst du für eine Granate, Futter. Zum Glück hat sie einen Medkit dabei. Sollte ich vielleicht lieber in eine andere Deckung rennen? Ach, erstmal Ruhe gewinnen, Ruhe gewinnen. Ich Idiot, den kann ich doch so leicht ausschalten hier, den Hans-Wurst auf dem Dach. Ah, verflucht. Mach du das mal. Dass ich die Overwatch so oft verpenne, ey, das regt mich uff. Regt mich langsam uff. Das ist ganz und gar nicht gut. Von hier kann ich ihn flanken und töten. Ich bräuchte aber auch eigentlich die Granate hier hinten auf den Jungs. Fleisch brennen wir auch nicht schlecht auf den. Dass er dann eben noch schlecht treffen kann. Sie ist sowieso nichts, dass sie jetzt wieder deaktiviert sind. Unser Infanterie muss nachladen, kann er dann aber noch einen zweiten Schuss nehmen. Er hat keine Position, von der er irgendwas machen kann. Unser Garner kann hier weiter vorrücken. Wieder schöne Flanks kriegen. Und du bist tot? Hallo? Ach komm, fünf Schaden. Wirklich? Kein Crit, kein Nix. Du, ja, du musst was Tolles machen. Und du musst auch was Tolles machen. Wer ist denn, wenn du die Deckung hier vorne holst? Willst du keine Rakete mit ihm schießen? Vielleicht den hier ausschaltest. Leute, ich kann jetzt keine 80er Misses gebrauchen. Echt nicht. Echt, so ganz und gar nicht. Die Shotgun muss sterben. Wenn ich mich direkt an sie reinpacke, sollten sie mich hoffentlich nicht mit Granaten bewerfen. Will ich vorher selber eine Granate werfen, dann kann ich den nicht ausschalten. Der kann aber nichts machen, wenn ein Snipers im Nachladen ist. Das heißt, ich packe mich so, dass ich ihn flanke. Und schmeiß die Granate. Kann ich die Granate überhaupt außenrum um dieses hohe Ding werfen? Außenrum geht. Das heißt, wenn ich mich hier auf diese Seite positioniere, sollte es eigentlich eine ganz gute Granate werden. Und warum ist das keine Flanke, bitte? Scheißspiel. So, das heißt, entweder eine AP auf die beiden. Oder der HE hier hinten hin. Ich glaube, das ist mein Favorit. Vielleicht stecke ich damit das Auto in den Rand. Mache es damit zur Bombe. Was dann in der nächsten Runde gut für mich weiterarbeiten könnte. Und sie sich dann von dem Auto entfernen müssen, dass es dann ansonsten explodiert. So mache ich auch den meisten Schaben hier auf dem Loketier. Vielleicht spreche ich noch ein bisschen mehr Deckung weg, hinter die sie sich zurückziehen könnten. Machen wir es mal so. Das ist unser letzter HE. Granata! Na ja, immerhin. Ein kleines bisschen Schaden und das Auto brennt. Das ist mal was. Du musst nachladen, ja. Das ist schlecht. Du bleibst einfach hier stehen, willst nach und knallst den Sniper ab. Ach, er hat noch kein Lock and Load. Ich hätte sie noch vorher bewegen können. Schon wieder einen Fehler gemacht. Schlecht, schlecht, schlecht. Du brauchst eine Schussposition. Irgendwie funktioniert es nicht ganz so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Den garantierten Kill oder irgendwie optimierten Schaden. Nicht nur den garantierten Kill. Das frage ich so blöd. Wenn der Granate in der Hand steht, wo man Leuten. Jetzt wird es wieder tricky. Das hier dürfte ganz gut sein. Ich muss halt eigentlich weiter zu dem nächsten Transmitter. Ich muss aber auch dringend auf meine HP achten. Sobald ich hier irgendwas fresse, in der Granate, bin ich tot. Wenn ich hier hinten stehe, kann mich aber garantiert keiner von ihm in der Granate erreichen. Ich könnte die auch noch Flash bangen. Dann könnte ich einen sehr dreisten Zug mit ihm nehmen. Stattdessen könnte ich aber auch versuchen, hier was auszuschalten. Was mit der Shotgun natürlich auch sehr verlockend ist. Die hat aber auch nur noch einen Schuss. Das sind jetzt meine letzten Beine. Okay. Ich versuche den Heavy auszuschalten. Das sind zwei Medics. Die sind ungefährlich. Der hier ist auch noch eine kleine Gefahr. Ich schalte den Heavy aus. Granaten können also aus diesem Bereich keine kommen. Nicht in dieser Runde. Oh Gott, dass ich den Overwatch gefressen habe. Also dumm. So dumm, so dumm, so dumm. Jetzt kann ich halt echt dreist vorrennen in der nächsten Runde Style erreichen. Gibt es noch eine volle Deckung, die mir das erlaubt? Nein. Von da schaffe ich es wahrscheinlich dann nicht wieder einen Einzug dahin. Ich könnte mich hier hinter seine Säule stellen. Aber dann komme ich bloß in die Reichweite des einzigen Hanswursts, der Granaten hat. Also ich denke, ich werde mich eher ungefähr hierhin stellen. Nächste Runde wird ziemlich krass für meinen Operative. Ich hoffe, ich werde ihn nicht. Mal gucken, was jetzt noch so ein Exile spawnt. Das wird auch noch mal ziemlich unterhaltsam. Unser Shotgun steht jetzt auch in einer ziemlich blöden Position, da sie keine Munition mehr hat. Vielleicht kann die Infanterie das gleich retten. Und der Grenadier ist auch noch da, um Leute zu flanken. Aber die beiden haben sich da schön versteckt. Vielleicht kann ich da noch eine schöne AP drauf anwenden. Das ist der Sniperino. Geht in Schussposition. Ist auch ein Problem. Aber ich kann den Sniper gleich direkt... Oh, ich vollidiot. Jetzt habe ich meine eigene... Das ist auch so ein typischer Anfängerfehler. Sich dem sein scheißbrennendes Auto zu stellen. Oh Gott. Jetzt hankert sie da. Verdammte Scheiße. Was habe ich mir dabei gedacht? Da habe ich wieder nicht aufgepasst. Echt. Na gut, nach vorne schaut. Was geschehen ist, ist geschehen. Unser Rocketeer und unser Sniper sind gerade völlig nützlos, da irgendwie keine Exorcien draußen aufgetaucht sind. Das ist nur sozusagen schlecht. Du kannst jetzt hier hingehen, insofern keine Overwatches aktiv sind. Ich sehe keine. Und das Ding drücken und dich kitten, damit du zumindest noch überlebst. So, der letzte ist drücken in der gegenüberliegenden Gasse. Jetzt müssen wir hier mal aufrollen. Scheiße, ich habe eine Rakete mit ihm, aber die da hinten rein zu jagen geht nicht, da er ja gerade in Panikverfall ist und da nicht weglaufen kann. Und da ich mich, wenn ich bewege, einen unglaublichen Skatter haben werde. Das heißt, vermutlich ein Nachladen. Unser Sniper sieht das Ganze hier auch nicht so toll aus. Hat irgendwie überhaupt keine Position. Ich dachte eigentlich, dass hier draußen ein bisschen mehr los ist. Stattdessen haben wir das ja hier drinnen zurückgezogen. Das Sniper ist kein Problem, man muss nachladen. Medic ist kein Problem, kann auch nur nachladen. Der hier ganz hinten in der Ecke mit 5 HP ist das Problem momentan, was auf der Karte existiert. Der hat nämlich eine Granate. Und die könnte er anwenden, um sie zu töten. Ich muss mir gerade keinen Kopf um Deckung machen. Das heißt, ich versuche jetzt, den da drinnen auszuschalten. Ich habe aber keine Sichtlinie. Scheiße. Nehmen wir den Schuss. Und endlich mal einen Kill bei so einem moderaten Chancending. Jetzt haben wir hier noch die... Wo ist die Infanterie? Da. Gott, die steht auch scheiße. Die Infanterie steht auch nicht besonders da. Was habe ich denn da gemacht? Ah, immerhin. Einen Kill. Schaffst du leider nicht, den Typen da hinten, diese Runde auszuschalten. Das geht nicht. Wie wäre es dann, wenn du hier runter gehst, damit du in der nächste Runde Action machen kannst? Und ich denke, du bereitest lieber eine Rakete vor, statt den Skitterraiser nachzuladen, damit du in der nächste Runde wirklich Action machen kannst. Das eröffnet unserem Sniper eine Position, von der er was machen kann. Vermutlich erstmal nachladen. Vielleicht wäre es auch ganz gut gewesen, ihn oben stehen zu lassen, aber ich weiß nicht, wo gleich die Spawns kommen und ich muss jetzt reagieren. Können wir eine Granate reinwerfen. Mit etwas Glück schaltet das beide aus. Das würde dann noch die Infanterie übrig lassen. Der muss aber nicht sterben. Okay, okay. Infanterie rückt ein bisschen vor. Granate rückt ein bisschen vor. Und schmeißt mal den beiden hier was Hübsches in die Ecke. Sterbt ihr Pisser, sterbt. Sehr schön, sehr schön, dass der mitgenommen wurde. Rettet mir vielleicht den Scout. Nun könnte ich ihn nochmal einreindrücken. 63 ist ja nicht das Schlechteste. So habe ich die Infanterie mitgenommen mit ihren hohen Trefferchancen. Jetzt hoffen wir das nicht als für den Exhaust-Spawn. So dass wir gleich mit denen die Spawn fertig werden können. Interessant. Drei. Insgesamt. Vier. Fünf. Und sechs. Oh, der Sniper, den ich gerade umzingelt habe. Oh, oh. Einer mit dem Overwatch aufs Dach. Das ist schlecht. Der Typ auf dem Dach ist schlecht. Er hat nur noch einen Schuss im Magazin. Das ist auch schlecht. Was sagt dann unser Sniper zu dem Ganzen? 66, 74, 74. Oder 74er. Aha, aha, aha. Wo könnte ich denn die Rakete anbringen, die ich jetzt gerade schon schön vorbereitet habe? Eigentlich so gar nicht gut, gell? Kann ich die aufs Dach schießen? Vielleicht den damit garantiert ausschalten. Geht das irgendwie? Okay, fangen wir damit an. Ich denke, das ist der beste Einsatzzweck für die Rakete, die soll da gar nicht stehen oder so verteilt, dass ich jetzt zumindest mich des Overwatches entledigen kann. Und der Schaden und die Genauigkeit sollten eigentlich ausreichen, um ihn zu killen. Bäm, Arschloch. Gut, eine Sorge weniger. Jetzt kann ich mich frei bewegen. Mr. Dude, wie wäre es, wenn du dich in Richtung des letzten Transmitters aufmachst? Aber erst, wenn wir hier drin die Situation geklärt haben. Weiterhin haben wir hier noch eine Situation zu klären. Wir haben aber zwei. Er kann nur einen Schuss nehmen. Das ist schlecht. Der muss zählen. Vermöglich, nehme ich den hier. So, jetzt kann ich nachladen für die nächste. Du hier musst dich um diesen Dude kümmern. Dafür kannst du noch mal das Flanking-Manöver holen. Und ja, wenn ich schon vor das Cover hier angeboten bekomme, nehme ich das auch. Warum nicht? Dankeschön für den Schaden, der nötig war. Jetzt haben wir den Sniper. Wir haben eine leere Shotgun. Das ist schlecht. Hier haben wir höchstwahrscheinlich auch einen Kill. Er kann den hier töten und dann noch einen Schuss auf den abgeben. Oder er könnte eins zu pressen. Du machst am besten gar nichts dabei. Das hier ist wahrscheinlich der einzige gute Sniper-Schuss, den ich gerade nehmen kann. Der trifft wir das ganz fantastisch. Ich meine, wenn er auch genug Schaden macht, natürlich. Fangen wir hier mit an, denke ich. Den zu suppressen ist nicht so wichtig. Doch er kann Leute flanken und die mit dem Crypt töten. Wenn ich nichts gegen ihn mache. Das hier ist auch eine hässliche Situation. Ich habe einen Flash-Bang. Er hat nur einen Schuss. 100 Prozent, 36 Prozent. Ich kann die Leute in die Position bringen, dass er nicht von denen so leicht getötet wird. Aber dann können sie von denen leicht getötet werden. Also das Kreuzweiter-Sniper hier ist gerade mein Problem. Theoretisch könnte mein Agent vielleicht den hier ausschalten. Aber auch nicht. Die Position wäre jetzt schon gewesen. Nee, die hier wäre gut gewesen. Aber er hat auch noch einen Flash-Bang. Das ist interessant. Das heißt, ich könnte hier den Flash-Bang. Nähere mich so mit ein bisschen dem Transmitter. Vielleicht gehe ich sogar noch ein bisschen näher ran hier. Dann, 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 dann. Kann ich den töten. Nur noch einen zweiten Schuss drauf abgeben. Ich hatte Gebrauch von der Flash-Bang machen. Oh Gott, vorsichtig. Jetzt muss ich das falsch drücken und aus Versehen nachladen. Also noch mal ganz kurz durchgedacht. Es regt mich ja gerade ein bisschen zu sehr auf. Er killt den, nimmt einen Schuss auf den. Es ist unwahrscheinlich, dass er ihn tötet. Dann hat der Sniper eine Schusslinie in die Richtung. Den Flash-Bang wir, den töten wir. Und die beiden bewegen sich in Deckung, sodass wir bei dem Sniper eben sicher sind und der jetzt keinen Flanking-Shot kriegt. Das heißt, du gehst hier hin. Jetzt hat er keine Flanke mehr. Das ist ja wohl ein Witz. Schlechte Witze überall. Dann machen wir weiter mit... Ich bin hier. Ach, er ist noch ein ganzes Problem, glaube ich. Ja, er hat dann seine Laserpistel, könnte sie den auch fast ausschalten. Ich fürchte, ich werde sie aber nachladen lassen müssen. Wenn er sich bewegt, kann er nicht mehr schießen. Oder? Er kann die Snapshoten? Das ist mal interessant zu wissen. Die haben einen Snapshot. Also, er kann sich bewegen und einen Schuss machen. Er kriegt dann halt verringerte Trefferchance. Aber ganz sicher bin ich dann vor dem auch noch nicht. Das ist schon der beste Zug, den ich ja gerade machen kann. Flash mal den hier, bitte. Theoretisch kann ich mir die auch super rennen und den flaschen. Ich bin dabei ein. Das müsste eigentlich mit der Wohlfahrt erreichen. Und es hieß ja auch gerade, das werden die letzten Exalt auf der Map. Oder? Naja, wie ich mich stelle, ich werde halt von einem von den beiden geflankt werden. Nimm auch du mal jetzt deine beiden Schüsse. Der muss sterben, keine Frage. Und wenn du jetzt den anderen auch noch töten könntest, dann kriegst du einen Orden, Seracona. Was die Menschheit noch mal gerettet. Schade. Beinahe. Jetzt nehmen wir mal... Ich mag die Position alle nicht. Da kann ich vielleicht nicht rüberwerfen. Nehmen wir mal die hier. Ich hoffe, ich entdecke jetzt hier nicht noch einen Pott draußen in der Gasse. Gut. Und wir flashbangen diesen kleinen Sucker. Jetzt hoffe ich nur, dass mir der Sniper nicht trotzdem mit dem Rücken schießt. Wir haben es hier eben sehr exponiert. Aber mit der Flashbang sollte er eigentlich nicht dazu in der Lage sein. Er macht einen Double Move. Sehr schön. Und dann ist er auch ein Sniper. Wow, die sind aber mutig geworden, die Sniper. Und es sieht so aus, es sieht ganz danach aus, als wenn wir die Mission hier fast unbeschadet überstehen würden. Unser Scout hat einen Treffer erlitten. Unser Operative hat einen völlig unnötigen Treffer erlitten. Wirklich schade. Wirklich, wirklich schade. Der ist Matsch. Oh, die Munition ist überall alle. Aber naja, hier kann ich nur schön... Da kann ich aber einen Schritt reingehen. ...die Hunde zu kriegen. Ich meine, ansonsten mache ich mir eine Pistole fertig. So, schön, schön, schön. Jetzt gibt's Cash. Die Missionen bringen richtig viel Cash. Gerade wenn man den Encoder auch noch verteidigt. Da kriegt man, glaube ich, eine ganze Menge Asche da was. Ja. Lilo Ghost Multipass. Oh, schade, unser Scout ist leider... Ah, verdammt ärgerlich. Es wäre ein richtig praktischer Scout geworden. Für die nächsten 20 Tage ist es aber nicht. Jetzt sind wir nämlich Sprinter. Das ist gar keine Frage für mich bei Scouts. Plus 4 Mobility bedeutet eben, so drei Teils mehr ranzukommen. Das ist verdammt gut. Jetzt haben wir hier einen Disabling Shot Sniper. Die kriegen von mir in der Regel Executioner. Ja, ja. Und dann haben wir noch einen Engineering Repair. Das ist eine feine Sache. Da können wir jetzt nämlich aktuelle Charges verwenden. Also drei hat sie dann statt eben einer, wenn sie das Alten in der Tasche hat. Hier haben wir einen weiteren Heat Cannon. Und das war's mit den Beförderungen. Zwei sind eben exhausted, weil wir sie trotz der Fatigue mitgenommen haben. Ein Captain, ein Lieutenant. Oh Gott, ich hab drei Offiziere verbraten in der Mission. Na ja, gut. Mal gucken, ob uns das nicht noch in den Arsch beißt. Und hier ist leider unser Operative, unser kleiner Medic. Er hat sich verletzt, aber es wäre schlimmer, wenn es unser guter Asphalt gewesen wäre. Insgesamt war ich eine sehr erfolgreiche Mission. Ich bin glücklich mit dem Ausgang und wir haben 400 Credits. Oh, das waren 300 Belohnungen. 310 oder sowas. Fantastisch. Schauen wir nochmal kurz, wie wir die am besten umsetzen. Wir werden gleich nochmal 50, glaube ich, einen Scan aktivieren. Hier sind die Eloise. 6. Okay. Was kostet das Scan? 50, genau. Den werden wir aktivieren, sobald unsere Assaults aus dem Krankenhaus raus sind. Hier in einem Tag. Und hier, also eigentlich warte ich genau auf Sang, weil er unser Special Operative ist. Er hat hier eben speziell die Skills gewählt, die dafür von Vorteil sind. Und er wird diese Rolle dann übernehmen. Okay, 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 okay. Das heißt, wir haben jetzt so 350 ungefähr übrig, mit dem wir jetzt was Schönes machen können. Das wäre zum Beispiel in der Foundry vielleicht das Matkit. Das wäre vielleicht das Scope. Ich könnte auch darauf sparen. Also wenn ich noch ein paar Lois dazu kriege. Hier nähern wir uns auch langsam dem wichtigsten Upgrade für 200. Wir könnten natürlich auch das Airgame vorbereiten, aber das wollte ich jetzt eigentlich nochmal kurz ein bisschen aufschieben. Warten wir erstmal den einen Tag, machen wir uns den Scan. Sehr schön. Laser Cannon fertig. Da wird Flugsangler umgerüstet. Ich bin nicht so ein einziger Jäger, der hier... Oh Gott, die sind in den 4 Stunden da. Trotzdem rüstet. Oh nee, ich rüst's auf ihm aus. Ist schon okay. Did Loadout. Und... Oh Gott, das dauert so lange. Sieben Tage, um eine scheiß Rakete anzuschrauben oder eine Laser-Kanone. Das ist natürlich auch wieder ein Fall von Gameplay over Realism. Aber das stört nicht echt brutal in dem Spiel. Dann forscht man den Scheiß, dann baut man den Scheiß und dann muss man noch so ewig warten, bis es angeschraubt ist. Das ist einfach einmal zu viel. Okay, warten wir noch ein bisschen länger auf den 4. Juli. Okay, die Aircrafts sind da und der Tag ist da. Medium Raider. Brauche ich eigentlich gleich losschicken, um den zu killen. Ist gelandet, alles klar. Das wird eine harte Mission, aber eine feine Sache. Schauen wir mal, was wir hier von Squirt zusammenkriegen. Oh fuck. Ja, das sieht nicht so schön aus hier. Die Mission dürfte eben nicht allzu einfach werden. Deswegen habe ich hier ein bisschen Schiss. Also wir haben 4 Leute, die schon mal auf jeden Fall eingesetzt werden. Wir werden wieder jemanden ins Krankenhaus schicken müssen, aufgrund von Fatigue. Das schmuckt mir nicht so gut. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig. Braucht eine gute Infanterie für die Mission. Medium UFO. Okay, okay. Gann haben wir natürlich auch mal nicht schlecht. Aber ich habe jetzt eigentlich nur Privates zur Verfügung. Soll ich wirklich mit den Privates spielen? Ein gelandetes UFO ist... Ja, da könnte ein Cyberdisk drauf sein, oder so ein Scheiß. War eigentlich noch einen guten Kerner. Sie zum Beispiel. Gut Flush. Corporal. Ist mir eigentlich ganz gut. Jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer, wo die beiden an Bord sind. Und jetzt können wir meinetwegen noch einen kleinen Private mitnehmen. Für den letzten Slot. Und bitte jemanden mit ein bisschen mehr HP, der nicht sofort aus dem Larschen kippt. Oder vielleicht jemanden mit viel Bewegung. Ich hätte einen Scout dabei. Habe ich auch nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich habe... Scouts sind auch alle verletzt gerade. Drei, vier Stück alle verletzt. Oh Mann. Naja, ich habe eine Infanterie, die ich suppressen kann. Und ich habe eine Gunner, die ich suppressen kann. Das sollte reichen, um mit den Gegner schon Openwatches fertig zu werden. Gehen wir uns kurz um die Ausrüstung. Taktische Rüstung. Sniper Rifle. Scope. Also ein Medic kriegt ein kleines Gewehr in die Hand. Was soll ein Psy-Medic werden? Die kann ich reviven. Interessant. Naja, sie kann stabilisieren im Zweifelsfall. Und sie wird die Ruhe bewahren, falls irgendeine Panik ausbrechen sollte. Dann haben wir unseren Locketeer hier mit Heat. Zusammen mit dem Heat Gunner sollten die beiden in der Lage sein, mit den großen gefährlichen Gegnern umzugehen. Dann haben wir einen schönen Zepper. Der kann unsere Deckung der Gegner wegsprengen. Und dafür muss er bitte an die Gegner auch rankommen. Deswegen kriegt er den Shatterray. Unsere Infanterie kriegt immer das gleiche. Maximal das Aiming und möglichst guten Charme. Jetzt lässt man auch den Gunner und den Private. Gunner kann... Kriegt hier auch das Scope. Und ich überlege tatsächlich, ich lese es halt auf dem drauf zu lassen. In einem kleinen Private. Stattdessen... Ah ne, nimm mal das Madcat. Ich brauche mit dem Private noch ein paar andere Sachen. Die Madcat drauf. Und für den kleinen Private bedeutet das, dass ich lieber den Mobium nehme. Der 15 Bewegungen hat. Das ist eine praktische Eigenschaft. Laser Rifle und du kriegst eine Flash und ich denke einen Battlescanner. Na ja, eine Battlescanner könnte sehr nützlich werden. Und für die beiden Sachen soll sie eben in Position kommen. So, das soll jetzt mal unser Squad sein, der sich hier mit dem im Medium gelandeten Info beschäftigt. Aber wir schicken ihn jetzt noch nicht los. Das werden wir in der nächsten Episode tun. Jetzt schaue ich nochmal ganz kurz hier rein. Ja, ja, ja. Ja, Bradford, die sind doch bloß alle gerade kurz auf Pause. Also, einen Tag immer noch auf dem. 15 Stunden brauchen wir noch. Ja, wir bräuchten schon ein paar neue Scouts. Aber ich hoffe einfach, weil das richtig zu Private hier erinnert wird. Und 15 Bewegungen werden scoutet in Havise. Und ich brauche mehr Infantrierung. Scanner habe ich wie viele? 1, 2, 3, 4, 5. Könnte ich auch noch gebrauchen. 1, 2, 2. Sniper sieht ganz gut aus. 4, 5 Sniper reicht. Okay, 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 okay. Geben wir jetzt noch Geld aus? Oder machen wir es vielleicht auch am Ende der nächsten Episode? Ja, da der Scannen eben auch noch dafür gedacht war. Ja, wir machen das mit dem Budget in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Durchschauen. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt weiter geht mit dem Nachbarschafts-Kick. Mal rein.